Moin und herzlich willkommen wieder bei Gates of Hell. Dritte deutsche Mission, zweiter Teil. Nachdem man dieses Hotel erobert hat, muss man es jetzt irgendwie verteidigen. Dazu haben wir hier noch einen Trupp. Und ja, Aufgaben, es liegt ein bisschen Zeug rum. Und wir sollen hier ein paar Positionen vermieden. Oben, Südosten, Osten. Da und da. Also da ein paar Hänge. Ja, dazu haben wir auch Minen. Wir haben hier auch Kisten rumliegen. Ich habe schon mal geguckt, wo auch noch einiges an Zeug drin liegt. Um ja, noch MGs, Geschütz, die man auch noch alle platzieren kann. Aber eins nach dem anderen. Wir haben sehr viele Panzerabwehrminen. Ein bisschen die Befürchtung habe, ob das irgendwie was Unschönes heißt. Und in den Kisten lagen, glaube ich, sogar noch mehr davon rum. Aber dann, ich hoffe, den rechts, wenn man da die Panzerabwehrminen legt. Weil die Personenminen könnten wir vielleicht noch hier vorne brauchen. Dann würde ich eigentlich planen, die Verteidigung halt direkt in der Nähe des Hotels aufzusetzen. Auch wenn der Pfeil für das Missionsziel hier hin zeigt. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ah, da kommen noch ein paar Verbündete. Ich nehme an, die können wir gebrauchen. Jetzt sind wir ganz kurz unter uns. Wo war jetzt nochmal? Hier drüben. Ich meine, wenn man noch ein... Ja, dann... Das ist schon unpraktisch, wenn man hier Minen legen will in einem Trupp. Weil dann macht das immer nur der eine Soldat. Und wenn man direkt mehrere Befehle gibt... Dann bricht er den ersten ab und geht woanders hin. Achso, das gilt aber als vermint. Na gut, dann gehen wir wahrscheinlich erstmal hier die Ziele ab, legen da... Panzerabwehrminen und hoffen, dass das dann schon irgendwie funktioniert. Scharfschütze einsatzbereit. Drücken wir aus? Befehle? Wann geht's los? Hier man es doch noch fünf, oder? Braucht jemand einen Sanitäter? Befehle? Ja, sehr schön. Okay, weiter geht's dann auf dem Hügel. Der Eastern Slope ist Mainz! Machen wir einfach mal die Nebenziele jetzt mit. Tja, und dann die Frage einfach hier vorne aufstellen. Das sieht nur von der Höhenlinie etwas ungünstig aus, weil es da ja immer höher wird. Ich bin noch nicht vom tiefsten Punkt aus gefühlt verteidigend. Äh, machen wir derweil weiter? Ach ja, jeder, jeden Einzelnen. Und ihr seid klug genug, nicht in die eigenen Bienen einzugehen, auch wenn die so direkt neben euch gelegt werden. Geht's los? Scharfschütze erwartet Befehle. Hier muss der Letzte. Der Northeastern Slope ist Mainz! Jetzt werden sie ja wieder alle eine Gruppe, weil man alle wieder angewählt hat. Und dann muss man wieder alle einzeln auswählen, damit das mit den Minen klappt. Das ist manchmal schon wirklich lästig. Äh, wollt ihr nicht mal... anhalten oder so? Na, ich hoffe zumindest, dass die da... Also... Die scheinen ja stehen zu bleiben, aber die... gehen irgendwie die ganze Zeit weiter. So, welcher Hügel genau war das jetzt? Ne, warte, den hatten wir. Oh ja, wir stehen schon relativ nah. Hier hat jetzt jeder eine gepackt. Irgendwie schon, aber irgendwie zieht's noch nicht. Okay, jetzt. Ja, wenn man da jetzt noch mehr liegen sollte, aber die Ziele sind ja erfüllt. All Slopes are Mainz. Exzellent Work. This will give us an additional Ace up of Sleeves. We hold this position for the time being. Tja, dann das Zeug aufstellen und sehen, was wir sonst noch so genau in den Kisten haben. Und sich dann fragen, will die Mission uns was damit sagen? Dass das Ziel zur Verteidigung hier oben angegeben wird? Nein, das ist doch... Also... Das ist... Nein, das ist der östliche Hang. Einer Hang ist da. Frage, sind das dann die Punkte, wo die Gegner kommen? Ach, ich hab die Missionsbesprechung von davor nicht mehr ganz im Kopf. Äh... Aber kommt erstmal alle wieder her. Befehle? Ausdauer wird langsam knapp bei einigen, aber ihr seid ja dann auch wieder fast da. Weil nämlich, was hatten wir jetzt nochmal genau hier so drin? Also... In der Kiste ist noch mehr MG-Munition. In der Kiste... noch Spaten. Ich glaube, damit kann man so kleine Schützengräben machen. Noch Messer, wahrscheinlich für den Nahkampf. Und in der großen sind noch zwei Maschinengewehre drin. Und ziemlich viel Schutz und... Äh... Schutz... Schuss. Noch mehr von diesen... Aber brauchen wir so viele Panzerabwehrminen? Kommen die mit zu vielen Panzern? Nebenbei, ich würde dir dann eigentlich gerne mal eins von den MBs geben. Wir sind auf unserer Weg nach der Hotu-Tau-Pass. Schönen Sie das eigentlich automatisch, wenn man... Nein. Schön, dass du dich sehen möchtest. Können wir dich zu einem warmen Drink trinken? Das kann dir nicht trinken. Negativ. Wir sind kurz auf Zeit und die Schäferinnen müssen er erst. Verstanden. Ja, schön. Ich denke, damit hättest du dann schon mal eine Menge Feuerkraft. Scharfschütze bleibt natürlich bei seiner Waffe. Da halten wir noch einen. Scharfschütze ist bereit. Wir haben hier mehrere Botteln von Wodka gefunden. Wenn du zurückkommst, können wir sie mit ihnen shareieren. Da sind gerade zwei MGs dran. Warte, da haben wir noch einen MG schützen. Ah, da warum hat er jetzt... Ach so. Hatte ich gerade den Trupp ausgewählt. Ich meine, du hast eine MP, du. Du hast eh keinen Platz für ausreichend Munition dafür. Du nimmst dir das hier, also packst das Ding weg und holst dir das Ding. Du hast auch deine Kleinwaffen-Munition dann eigentlich auch abgeben. Und dir hier noch ein bisschen Munition da mit holen. Und ich glaube, in der anderen Kiste war ja auch noch was drin. Genau. Dann hätten wir auf jeden Fall ein klein wenig Feuerkraft. Die sind vielleicht nicht so ganz präzise wie mit den Gewehren, aber einfach mit Masse da rein. Und dann ist jetzt die Frage, wir haben noch acht Antipersonen-Minen, fünf Schützen-Lächer. Und Krams hier für acht Leute und wir haben fünf. Das muss doch einfach heißen, dass da noch Verstärkung bei Ruhm kommt, oder? Sonst... Ja, und ich kann es dir das gehen. Dann die Frage, wie man das aufsetzt. Also wenn wir hier hingehen... Die anderen halt einen dezenten Höhenvorteil. Weil wenn wir hier hingehen und diese Punkte wirklich die Punkte sind, wo die Gegner nachher spawnen... Er hat doch gesagt, irgendwie in der letzten Saison, dass man aus vier Richtungen angegriffen wird. Das sind zumindest vier Hänge. Und wenn man hier hingeht, dann ist doch... Einhang hier drüben und dann laufen die einfach ins Hotel durch und das war's. In der Höhe hin oder her... Würde ich sonst sagen, wir bauen uns einfach vor dem Hotel auf. Und schauen mal. Müsst die Dinger erstmal nur hier... So wollen wir die einfach hier aufbauen. Ebenso, ob die Ausrichtung halbwegs gebrauchbar wirkt. Dann können die hier Schützengräben ja noch einsetzen. Müssen wir das Geschütze natürlich auch noch irgendwo hinpacken. Von hier sieht er schon blöd aus mit der Höhenlinie. Aber so und das Geschütz in die Mitte wird schon tief gehen. Jo, dann müsst ihr da natürlich auch noch eben raus. Oh Mann, hab ich einen Hunger. Scharfschütze hier. Was sollen wir tun? Alles, ich hab's unter dir jetzt! Weil ihr das Ding dann noch platziert gehen müsst. Gut, man könnte ja dann natürlich von den Antipersonenminen noch ein paar legen. Da hat er zum Beispiel eine Deckungsposition oder sowas. Und dann packt das mal dazwischen. Er hat auch noch einen Bewegungsmodus. Sehr schön. Jo, die Gegner hier hin, da zum Beispiel zu sehr Deckung suchen. Und ich weiß nicht, ob wir die Panzerminen legen müssen. Kommen die mit Panzern? Man könnte da oben sich jetzt aber eine Reihe hin tun. Genau da hin. Dann könnt ihr auch noch ein paar Sandsdecke legen. Okay, ihr müsst dann aber auch erstmal wieder raus. Weil ja einige von euch hier auch noch Antipersonenminen haben. Könnte man ja hier noch ein bisschen im Bereich verteilen. Sonst sehe ich hier noch eine Kette mit Panzerminen, falls wir die brauchen. Natürlich wäre es auch einfacher, wenn man euch hier wieder einzeln auswählt. Wir werden nachher wieder zusammenfassen. Wer von euch hätte jetzt noch welche? Auch noch welche. Oh, das ist, weil sie doch von hier hinten kommen. Jetzt legt er auch nochmal ein, zwei Minen hin. Gut, und wenn die das verteilt haben... Wir können noch Schützen noch hier buddeln. Und da drin hätten wir zur Not auch noch Schaufeln. Äh, die Küste war das, glaube ich. Hast keinen Platz. Und sonst legt die Dinger mal ab und das ein bisschen zur Seite. Dann hast du Servo-Platz. Also man könnte ja hier an der Seite noch irgendwie einen heransetzen. Links dick. Du gehst mal da hin einbuddeln. Weil hier müsst ihr jetzt auch noch... Äh, du hast ja auch noch, du kannst da einen runterbuddeln, falls von da auch Stress kommt. Ich sehe gerade, da ist auch noch eine Kiste. War da eigentlich was drin? Ah, da unten auch eine Kiste. Da ist aber nichts drin. Und ich denke, dann wären wir langsam soweit. Und bekommen hoffentlich ausreichend Verstärkung. Und hoffentlich taugt die Positionierung da was. Ah, wir haben hier noch eine PBD. Tatsächlich, aber das haben wir eigentlich alle Ausrüstung. Bin wir leider immer noch nicht kommandieren. Tja, da ein bisschen Dorf und Ort, da ein bisschen. Aber gut, ich würde sagen, ihr geht in eure Position. Wobei, du könntest vielleicht sogar hier rein, wenn du das gerade schon gebaut hast. Jawohl! Ja, den Sani hätte ich gerne halbwegs frei. Schützen eigentlich auch. Ja gut, und die anderen müssen eigentlich das Zeug bemannen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass noch irgendwer dazu kommt. Ich bin glücklich, dass wir hier fertig sind. Frostbite ist zu creieren. Wie lange bevor die Sowjets arrive? Okay, dann kommt man hier runter. Bemannt das Zeug da. Die mit den MPs können wir hier in den, ähm, das Geschütz bemannen. Jetzt muss man die sich hier im Einzelnen rauskramen. Der Sani geht ein bisschen zur Seite. Scharfschützen können wir sicherlich auch gebrauchen. Wir lauten die Befehle. Wir lauten die Befehle. Da muss zumindest noch ein Vierter rein. Jawohl! Ja, jetzt noch die eine der MGs. Jawohl! Und ihr könnt das Ding ja auch mal bemannen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Oder nicht. Okay, und der Sani kann ja auch ein bisschen so nach hinten gucken, falls man da doch noch einer kommt. Ist da natürlich keiner drin. Aber es passt schon. Oh, das ist dann wieder drüben. Zündung. Die hat Südosten gesagt, und wir können da irgendwas zünden. Die Frage ist, sollte man das sofort zünden nach der Meldung oder später? Gute Frage, ob das jetzt einen erwischt hat oder Verschwendung war. Ich sehe auch für nur noch nicht, falls noch ins Gebäude selbst zu ziehen, wenn hier draußen alles schief gehen sollte. Ja, so nach oben zu kämpfen ist vielleicht ungünstig. Aber ihr kriegt das schon hin. Okay, es sind zumindest welche zu sehen. Laufen einfach die Stellung, wie unfreundlich. Keine von der Hintenstraße machen, lieber Scharfschütze. Jetzt mal ein bisschen in die Richtung gucken. Ich werde auch noch eben darüber kommen. Oder vielleicht in die Befestigung da vorne. Wenn ich ihn jetzt gerade von der Seite angreife. Ich hoffe, dass das eigene Geschütztdicht nicht trifft. Höhe nach Treffer. Okay, das ist wohl der Scharfschütze, was sich da ansammelt. Wenn er auch mal treffen würde. Okay, das sind jetzt welche durchgekommen. Aber war das nur noch die Reste der Welle oder war es die ganze Welle? Ich weiß nicht, wir zünden einfach mal. Hier geht hier wieder ein... Wenn hier um das zu bemannen, bräuchten wir eigentlich mehr Leute. Und zumal dich wieder bewegen, danke. Okay, irgendwer ist hier hinten noch im Gebirge drin. Aber sonst lassen wir den drin. Scharfschütze hier. Ja, wohin mit dem Ding? Nehmt das Teil in die Hand und los! Was hat ihr denn den Transportmodus? Enemies spotted! Coming from the northeastern snow! Weiter in der Bewegung! Ach, der ging daneben! Und dann springen wir den northeastern. Die kommen angerammt. Da hat er unter Feuer, siehst du die hier oder... Ja, das sieht so ein bisschen im Weg aus, aber er konnte ja trotzdem da treffen. Jetzt kommen sie da links. Also irgendwie könnt ihr von hier auch nicht so viel machen. Vielleicht noch lieber ein paar mehr Infanteristen rumlaufen, die im Zweifel in mehr Richtung schießen können. Warte, wenn die da oben auch noch sind. Dann müssen wir bitte da rein. Ich hoffe, es hat hier noch genügend MG-Munition für alles. Achso, aber man braucht euch anscheinend für die Sichtlinie. Alter, das ist nicht gesund, wenn da jetzt wirklich gerade gar keiner hinguckt. Ein bisschen Deckung hinter den Kisten, aber das ist nicht das Wahre. Ja gut, schaut mal bitte wieder nach vorne. Ganz offensichtlich kommen da welche. Aber noch geht's hier und der Sunny steht auf Reserve. Gesundheit ist eigentlich auch noch soweit in Ordnung. Gut, hier hockt noch einer. Und hier kommt man gerade nicht ganz dran. Sieht aber alles erstmal noch ganz solide aus. Hocken welche, aber das Geschütz kann sie erwischen. Sehr gut. Okay, also friedliche, na gut, nicht ganz friedliche Koexistenz. Jetzt zeigt sich doch mal wieder was. Aber doch relativ friedlich für den Moment. Und der hat auch noch ein paar Schuss Munition. Wollte also soweit erstmal weiter funktionieren. Ja, komm mal aus deiner Deckung raus. Okay, ein bisschen ist die Anhöhe da schon im Weg, um den zu treffen. Das war eben, über die Anhöhe triffst du nix. Und 20, ich meine wir haben auch nicht endlos Schuss, einfach nur um Leute zu treffen, die nicht so recht zu treffen sind. Nächste Frage, will das Spiel jetzt erst, dass man diese Welle hier niederschießt, bevor die nächste kommt? Es ist echt ungünstig, da oben zu treffen. Das hat diese leichte Erhöhung, die sehr viel Feuer abfängt. Ja, okay, dann haben wir noch einen. Dann warte, wir haben nördlich, hat gerade Neulosten gesagt, oder? Northeastern. Dann lasse ich es nochmal sein. Ihr habt ja alle noch halbwegs Munition für eure MGs. Äh, du hast gar kein Magazin mehr. Ist zwei vorne noch irgendwo eins drin? Zur Not steigst du wieder auf ein Gewehr um, weil dafür... Ach nee, warte, das ist doch hier. Der hat noch genug, der hat noch genug. Da haben wir alles ausgepackt. Die anderen hatten das ja noch in einem Koffer drin in der Anzeige. Passt. Ist, wir haben nur noch nördlich. Läuchten Mörser oder sowas, um nie mal loszuwerden. Da triffst du hin, aber das ist ein Problem. Von der Seite... Ja, kommt über den Hügel hinaus. Dann können wir euch sehr, sehr gut treffen. Ich hatte den Eindruck, hier kommt einer ganz schön um die Ecke. Ja, seien die halt da mal die Augen offen. Wo auch immer du eigentlich die PP-Schar her hast. Aber ich bin froh, dass du sie hast. Man soll es mit dem nicht übertreiben. Das ist schließlich der Einzige, den wir haben. Also du passt hier einfach auf, wenn irgendeiner meint, hier um die Ecke kommen zu müssen. Und hier unten hast du dann ja auch noch ein bisschen im Blick und passt auf. Aus da oben ist langsam auch nichts mehr übrig. Habe ich jetzt einen nördlichen Hang übersehen? Wir wollen vielleicht da ran, aber du passt ja auf. Gegner, gegnerischer Mörser, lass den... Absolut verstanden. Ja, toll. Ist jetzt noch einer hier im Gebirge? Kann man einen Mann schicken, der sich darum kümmert? Ich meine, die werden ja wahrscheinlich trotzdem immer noch Angriffswellen ausschweren. Warte, wir tun hier mal vorsichtig... Versuch, dich entlang zu arbeiten. Ich, schön. Ich hoffe, du gehst dabei ein bisschen in Deckung. Okay, da drüben ist einer. Und das wird lustig, sich hier noch durch das ganze Gebirge zu kämpfen. Bei Tour, es sind sogar zwei. Okay, das wird lustig, sich daran lang zu kämpfen, aber können wir so viele Mann von der Hauptlinie entbehren? Um sich um die Mörser zu kümmern, Fragezeichen. Wenn das hier denen so weitergeht, kommt der natürlich auch nicht so unter dich weit. Verstanden. Geh du hier mal ein bisschen auf flankieren und hoffen, dass dich keiner sieht. Wir haben halt wirklich nicht viele. Wo ist der da vorne? Da oben. Lass die in der Wüste sehr schön. Wo soll jetzt diese Mörserstellung sein? Vor unserer Nase, IC. Also ich sehe, dass ich nichts sehe. Wir haben uns an dem Eindruck, dass hier kein Mörser ist, aber das ist nur so eine Vermutung. Hier also... Gehen wir davon aus, der ist auf der anderen Seite. Auch wenn das Ziel also hier angezeigt hat, gerade. Eben doppelt. Das wäre dann... Da oben drauf. Okay. Was ist das definiert? Achso, die fahndliche Mörser-Batterie. Da steht Einzahlen. Das ist wahrscheinlich Sinn der Sache. Wir brauchen also doch Verstärkung, um da durchzukommen. Ich glaube, das ist für einen dann langsam doch zu heikel. Du hast noch mit einem zu tun, der draußen rumlaufen wollte. Würde ich sagen, nehmen wir euch jetzt Verstärkung mit. Dann sehr viel MG-Power und den Scharfschützen. Und durch mein das Geschütz hat sich doch bisher immer als recht sinnvoll erwiesen. Ich hoffe, dann können wir uns erstmal in Ruhe hier oben sammeln und dann überlegen, wer dann lang kommen. Wahrscheinlich ja mit geballter Feuerkraft. Ja, hier sind doch noch Gegner. Okay, geht erstmal hinter dem Haus da in Deckung. Da oben Gegner. Ich sage, er geht erstmal hinter dem Haus da in Deckung. Ich meine, von hier hätten wir Deckung und die jetzt nicht unbedingt optimal. Also vielleicht könnten wir die einfach mit Feuerkraft von hier erledigen. Okay, die haben eine Mörser-Stellung. Wenn die einmal da reintreffen... Hat einen erwischt. Sani, du kommst doch her. Ich hoffe, das Geschütz kann alleine die Gegend zusammenhalten. Irgendwas gefällt mir da nicht. Was ist denn los? Also, dass die auf so Distanz so riesig treffen, haben die auch einen Scharfschützen. Und der Sani... Also manchmal packen sich die Einheiten hier. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen alle. Wo soll das Ding hin? Wann geht's los? Machen wir euch kurz mal dahinter. Dann werdet dann kreativ... Ja, wer von denen ist der Feindliche Scharfschütze? Toll, jetzt müssen wir es auch noch schnell machen. Dann versuchen wir es halt schnell zu machen. Ihr geht auf Sturmangriff, dann trifft euch der Scharfschütze nicht so gut. So, jetzt kommt der Squad auf der Scharfschütze. Warte, die sind Mörser aus. Warte, die sind Mörser aus. Mörser ist ausgeschaltet. Der kam jetzt halt gerade nur... Ach, da ist ein zweiter Mörser. Ich dachte nur, weil die Verstärkung war, dass die nur noch eben reingehen und den Platz schießen sollten. Aber da kommt ein zweiter Mörser. Ach, Mann. Naja, jetzt wird es ein klein wenig heikel. Ich hätte den Angrisstrupp halt wirklich nur geschickt im Sinne von, ja... Kümmert euch da mal eben drum. Du hast keine Munition mehr, stimmt's? Stimmt. Jetzt driftet die Mission doch noch ins Chaotisch ab. Ja, da ist noch ein zweiter Mörser an der Seite, den ich nicht gesehen habe. Jetzt gilt das Ziel natürlich nicht als erfüllt. Aber wir haben auch neue Angriffswellen, weswegen man eigentlich schnell auch zurück musste, um das hier erstmal wieder zu verteidigen. So, und du ohne Munition musst mal sehen, ob du noch welche findest. Müssen den Gegner nochmal zurückschlagen und nochmal raus und den zweiten Mörser irgendwie entwischen. Aber nix mehr drin. Äh, ich mein, sonst tauschteuer deine Hauptwaffe. Und wirst hier wieder Gewehrschütze. Geht auch schon längst los. Ihr heilt euch mal wieder schnell rauf, also ob das jetzt noch was wird. Sehr gute Frage. Das noch was wird zu dem. Den geht auch langsam die Munition aus, also... Müssen da eigentlich nochmal ran. Und dass die so mit noch weniger Leuten freischießen. Ja, und die gleichzeitig hier noch aus allen Richtungen kommen. Okay, mit zu mir gehen auch ein bisschen die Ideen aus, wie man das effektiv angehen soll. Aber man scheint der Mörser bis hierhin nicht so recht zu schießen. Also, es geht mal Scharfschütze. Sunny und einer der MG-Schützen. Äh, der geht auch die Munition aus. Das ist noch ein bisschen, also gut. Ja, die kommen wahrscheinlich jetzt in endlosen Wellen. Weiß nicht ganz wie. Hier sind sie natürlich auch. Ich weiß kaum noch, wie die sich hier irgendwie durchkämpfen sollen. Die von allen Richtungen unter Feuer sind, während ein, zwei Mann das noch verteidigen müssen. Kommen wir irgendwie da oben rauf. Der ist so gut wie tot. Vielleicht sind wir im Dorf. Im Dorf ist zu viel gesagt. Bei diesen zwei Hütten, aber... Ne, die kommen jetzt aus allen Richtungen. Komm mal, können wir irgendwie von Süden vielleicht die noch umlaufen? Ich glaube da frontal drauf. Da wird jetzt auch alles irgendwie knapp. Munition, Lebenspunkte und sonst was. Also ihr zwei versucht das irgendwie zusammenzuhalten. Und ihr macht vielleicht eine Flankierung oder so und treibt noch den zweiten Mörser. Sonst scheint mir das hier aber echt nichts mehr zu werden. Und es darf nichts aber bei dem Hügel da oben erscheinen. Und die müssen das so lange durchhalten. Jetzt aus mit eurer Ausdauer. Geht noch. Ignoriert die dann nach Möglichkeit, wenn sie euch ignorieren. Einfach nur laufen, laufen, laufen. So viel Spaß euch beiden da drüben. Vergnäht euch jetzt den Mörser und müsst ihn eigentlich auch im Nahkampf niedermachen. Also da im Zweifel draufrennen. Heißt, ihr müsst eigentlich kurz mal eure Ausdauer wieder erholen. Jetzt hat es einen erwischt. Ich bin auf dem Boden bleiben. Hoffentlich. Und hoffentlich wird jetzt nicht noch einer gesniped. Er hat es jetzt so gut wie erwischt. Ja, da ist irgendwo ein Scharfschütze. Das lohnt nicht. Ihr habt eine Handgranate. Ihr rennt da rauf. Und hofft, den Mörser mit einer Handgranate ausschalten zu können, wenn die anderen von der stumpfen Masse allmählich überrannt werden. Aber da stehen Waren an den Hängen. Oh, dieser zweite Mörser. Es sieht aus, dass diese alle ihre restlichen Truppen sind. Kill sie. Der Treffer, der war doch irgendwo. Ja, da ist einer angezeigt, aber da war keiner. Haben wir Sani verloren? Jo, hier. Kannst du den snipen, bevor du gesniped wirst? Dann musst du die da irgendwie... Bei euch, derweil, sieht es unangenehm aus. Oder bei dir, sollte ich wohl eher sagen. Okay, man muss ganz ehrlich sagen, die Mörser haben im Endeffekt ja eh nicht mehr geschossen. Oder also, soweit ich sehe, eigentlich gar nichts gemacht. Das heißt, man hätte gar nicht so ausrücken müssen. Ich weiß nicht, ob man die dann noch hätte erwischen können. Aber da hätte man eigentlich auch wirklich entspannt stehen bleiben können und die Mörser erst ganz, ganz am Ende rausnehmen, bis man alle Angriffswellen durch hat. Und das sind so Sachen, die man gerne vorher wissen. So, da kann der eine Sniper alleine jetzt noch alles retten. Wo die anderen ja auch irgendwo Sniper haben müssten. Oh, hi. Dann habe ich ein paar viele für dich. Ich suche mir eine gute Position. Tja, wenn du das irgendwie überlebst, kriegst du vielleicht einen Orden. Aber das sind natürlich hier eigentlich zu viele. Ich suche mir eine neue Position. Ja, gut. Schiefgegangen. Ich dachte, es kommen endlos weitere Wellen, bis man den Mörser weg hat. War aber offensichtlich nicht der Fall. Ich fand jetzt aber, es war auch doch nah genug dran, dass man das so stehen lassen kann. Äh, ich denke mal, jetzt nochmal zu spielen, nochmal hochladen, muss nicht sein. Ich werde dann vielleicht zum nächsten Mal noch ranschneiden, wenn es dann erfolgreich war. Und das hier erstmal so stehen lassen. Äh, ja. Dann aber auch an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bis denn.